Hey Leute und herzlich willkommen zurück am Valentinstag, wow, ich hoffe ihr liegt auch alle heulen im Bett, so wie ich, was, nein, natürlich schauen wir heute den Bachelor, nicht nur heute Abend im Fernsehen, sondern auch heute hier auf meinem Kanal kommt wieder eine neue Folge vom Bachelor, es wird super super cool Leute und ja, heute steht auch wieder ein Date an und ich freue mich so, es wird nämlich auch jemand sein, der jetzt in der letzten Woche nicht so viel Aufmerksamkeit vom Bachelor bekommen hat, ähm, vielleicht könnt ihr es euch, coole Musik, ähm, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, ähm, ich werde es mal direkt noch nicht sagen, ne, ihr habt es wahrscheinlich eh schon auf dem Thumbnail gesehen, aber trotzdem, ach guck mal, sogar, ja, das Festival ist jetzt scheiße, sonst wäre ich da mit ihr natürlich hingegangen und übrigens Leute, ich freue mich so auf die Folge am Freitag, same, hatte er einen Schlaganfall, ich weiß es nicht, ähm, ich freue mich so auf diese Folge am Freitag, ohne scheiß Leute, die wird so viel Action beinhalten, ich habe die zwar noch nicht gedreht, aber ich stelle mir die richtig cool vor und deshalb glaube ich, dass die richtig, richtig cool wird, freut euch einfach, also seid unbedingt dabei, Freitag, 14 Uhr, uiuiui, Leute, ne, okay, was geht hier jetzt ab, ach, guck mal, die beiden verstehen sich schon mal super, guten Morgen, meine Liebe, aber mit dir will ich eigentlich gar nicht reden, sondern ich würde gerne mit der Jessica reden, die hier gerade so schön danst, denn, die würde ich heute gerne mal zum Einzeldate einladen, die gute, Jessie, die Jessie, wer läuft denn da, da lief doch gerade jemand, oder, ah, das ist, okay, ja, ähm, sie so, ah, labber mich nicht voll, sie sagt, labber mich nicht voll, oder, ich hau dir aufs Maul, ähm, yeah, okay, sie hat den Groove, ja, ähm, Taylor, ich würde jetzt nichts gerne weiter, ja, komm, du wirst dann mit uns auf dem Date, oder? Natürlich, ach, das ist doch toll, dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns mal, what trick is an, ähm, beziehungsweise unsere Alltagskleidung und nicht, wir müssen ja nicht hier halbnackt durch die Gegend rum, rum twerken, ähm, Outfit ändern, kannst du auch dein, hallo, spiel, dankeschön, ähm, dein Alltagsoutfit anziehen und das sieht nämlich super cool aus, ich liebe das, das sieht so schön an dir aus, ach, das ist ein sehr tolles Oberteil, ähm, so, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir direkt schon das Date los, lassen die Weiber aber für sich, die Weiber, ey, richtig abwertend, die Mädchen unter sich, ähm, und wir gehen nach Newcrest, denn wir wissen ja, Newcrest geht so ein bisschen was ab, hier, das ist ein bisschen unsere, äh, ja, unsere City, wo wir feiern gehen können, wo wir was trinken gehen können, wo wir was essen gehen können, wo wir Fitness machen können, wo wir was besuchen können, und zwar den Echo Park und den möchte ich heute gerne, ups, ja, okay, ja, mit Dirk von, ja, passt auch, aber den würde ich gerne mit Brian und, ähm, Jessica zusammen besuchen und so schauen, was sich bei diesem Date so entwickelt, also, wie die beiden, ja, aufeinander klarkommen, würde ich jetzt mal sagen, also, ich denke schon, dass die beiden sich sehr gut verstehen, bis jetzt hat sich der Bachelor ja mit jeder gut verstanden, welch ein Wunder aber auch, meine liebe Freunde, welch ein Wunder, aber der Bachelor, er wäre nicht der Bachelor, wenn er nicht deine andere Intuition hätte, hinter diesem Date, äh, ja, ich sag mal noch nichts, ach, ist das schön, sieht ja aus wie ein altes Schiffswrack hier, und das ist ein altes Schiffswrack, ähm, hier kann man schwimmen, da sind Fische drin, hier sind Fische drin, warum sind hier Fische drin, wie geht denn das, wie kann ich denn hier Fische rein tun, ich dachte, das geht nur, ah, cool, ähm, zusammen nackt schwimmen, das ist doch genau das Perfekte für sie, zeig mal, das sieht richtig cool hier, ach, hier kann man auch angeln, deshalb sind da Fische, oh Gott, ist das creepy, ähm, ja, hier unten kann man, ach, cool, hier unten kann man so essen, wow, und klettern, ähm, ah, wie geil, das ist ja voll cool, da kann man so unter, boah, ist das schön, das ist ja echt richtig schön, das ist ja cool, okay, ähm, dann gucken wir weiter hoch, oben ist nämlich auch noch, da geht nämlich Treppen hoch, haha, hallo, und da ist so ein, ja, so ein Garten angefertigt, so wie so in so einem Gewächshaus, und das sieht so schön hier aus, ohne Scheiß, Leute, wer auch immer das gebaut hat, ich hab das aus der Galerie runtergeladen, das sieht so schön aus, oh mein Gott, hier kann man bestimmt richtig romantisch sich hinschillen, wenn man hier eine Parkbank finden würde, gibt's ja keine Parkbank, ah, doch, hier ist eine Parkbank, ähm, ja, dann setzt euch doch mal am besten da zusammen hin, die ist direkt hier runter mit ihrem, mit ihrem Teller, ja, pff, ihr könnt übrigens auch, ja, okay, ich leg mein leeres Geschirr auch immer irgendwo ab, ähm, ihr könnt übrigens auch nackt baden, Jessica, freust du dich schon? Natürlich, das machen wir natürlich auch, ne, meine liebe Freunde, also, sie ist ja für nichts anderes bekannt, erste Folge, Jessica war nackt, seitdem hat sie diesen Stempel, die nackte, und seitdem ist sie für mich auch die nackte, für euch auch, aber vielleicht ist sie ja für einen Bachelor mehr als nur die nackte, vielleicht ist sie ja für einen Bachelor die Traumfrau, und du darfst jetzt, also, so durch den Zaun jetzt laufen, finde ich jetzt ein bisschen krass, dass das geht, ne, aber okay, hat sich jemand auf unsere Bank gesetzt, weh, ich boxe die zusammen, ey, Leute, ich boxe die zusammen, ach, das, das ist so schön hier, das sieht richtig, richtig idyllisch aus, ey, ohne Scheiß, das sieht voll schön aus, Bachelor, kommst du heute noch, dankeschön, so, Jessica, die ist natürlich ein bisschen offener, und die macht sich direkt dran, die macht ihn direkt an, die sagt, ey, ey, ja, ich weiß nicht, was sie danach sagt, aber auf jeden Fall sagt sie schon mal, ey, same, Jessica, same, so same, oh Gott, sie, sie magt den ersten Schritt, sie macht jetzt einen mutigen Anmachspruch, los, Jessica, du bist krass, komm, knuddelt ein bisschen zusammen, Bachelor, alter, das, das geht ja hier direkt, ich dachte, ihr lernt euch erstmal ein bisschen kennen, und die Jessica direkt so, hey, Alona, was für Bock bist du denn mit mir, rumzuschakern, was geht mit der, aber die freut sich richtig, die lernt von irgendwas, ihm ist total heiß, also super, was besser, Rose anbieten, natürlich, natürlich, ähm, natürlich machen wir das nicht, so, Beziehungstipps geben, hey, ich bin zwar in keiner Beziehung und ich küsse hier gefühlt jeden Tag eine andere, aber hey, ich gebe dir mal Beziehungstipps, klar, Bachelor, mach das gerne mal, du kannst dir auch mal ein Kompliment über ihr Outfit machen, ähm, er ist jetzt super mutig, das ist doch auch was Schönes, ähm, so, tratscht mal ein bisschen, komm, lästert einfach mal über die anderen Kandidaten hin, und dann gibt es vom Bachelor aus vielleicht so einen kleinen Anmachspruch, und von ihrer Seite gibt es dann auch noch ein bisschen was, also die, die sollen sich ruhig ein bisschen unterhalten, ne, also das soll ja ordentlich knistern bei den beiden, so, warum haben wir jetzt eigentlich eher weniger über Interessen reden, komm, versuchts mal ein bisschen so ranzuagen, ersten Kuss erleben, hallo, wo sind wir denn hier, obwohl hier ist eigentlich echt schön, da könnte man echt seinen ersten Kuss erleben, wer weiß, wer weiß, ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird es ja auch was, ne, vielleicht ist ja auch Jessica seine Traumfrau, vielleicht auch Amy, vielleicht, Amy ist gar nicht mehr da, Emily, ähm, vielleicht auch, ui, hallo, oh, hallo, na, oh, seid ihr süß, hallo, oh, ich kotze gleich im Strahlen, ey, hey, Bachelorboy, bleib hier, bleib hier, wo geht denn da hin, der Spaß, ich hasse ihn, ähm, bleib hier, nein, geh, du musst jetzt nicht beim Schachspielen zugucken, ähm, oh, das ist ja schön, hier wollt ihr euch direkt, oh, hier ist sogar ein Busch, mhm, ja, gut, wäre die, ey, nicht die Amy, die Emily, oh Gott, ich kann die Namen doch noch nicht, ey, acht oder neun Folgen jetzt schon und ich kann die Namen einfach nicht, cool, äh, da wäre die Emily natürlich jetzt ein bisschen, mhm, drauf aus gewesen, vielleicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ich möchte nicht zu viel versprechen, was sie vielleicht noch zeigen könnte, wenn sie weiterkommt, ähm, aber ich, ich sag hier nichts, ne, Leute, ich möchte ja hier nichts, äh, in eurer, ja, Wahl beeinflussen, ich find's bloß hammer, die Emily und alle, ich liebe alle, wisst ihr was, ich liebe einfach alle, die sind alle so cool, ähm, mich hat's getroffen, bis in das Amy raus ist, die hätte ich gerne noch eine Runde weitergesehen, aber ich habe halt geschrieben, bis wann das Voting geht und da hab ich geguckt und, ja, so war's halt, ne, flirten, na, hallo, was macht sie jetzt? Sie geht wieder zum Mülleimer, du musst keinen Mülleimer treten, meine Liebe, sie so, boah, erst mal in den Mülleimer wegtreten, ey, ähm, ich will, dass ihr euch hier hinstellt und du auch, so, okay, und dann vielleicht dort ein bisschen knuddelt, dort ein bisschen knuddelt, komm, äh, ja, so ist gut, dass man das im Hintergrund hat, das find ich gut, ach, super, so, dann würde ich mal sagen, noch mehr knuddeln, richtig, wird hier gut geknuddelt, ähm, aufreißen, posieren, uiuiui, er macht ein Kompliment über, ja, oh Gott, ey, oh Gott, ähm, Kompliment über ihr Aussehen machen, sie wagt sich vielleicht auch mal ein bisschen näher ran, flirtet dann auch von ihrer Seite aus ganz gut, uiuiui, der Bachelor, offiziell steht ja, glaube ich, in den Regeln, dass man nicht so jetzt flirten darf als Bachelor, sondern eher von den Ladies aus das Flirten angelassen, aber hallo, er ist der Bachelor, er kann ja wohl machen, was er will, ähm, aufreißen, posieren, komm, posier mal ein bisschen aufreißen für ihn, so, und dann wagt sie mal den ersten Kuss, oh, 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 Leute, oh, ist das schön hier, es ist so schön, das sieht aus wie ein Paradies, ey, wird das heute noch was, oh ja, oh Gott, Leute, der erste Kuss, oh, shit, und, wie war er, war gut, war nicht so gut, ach, guck mal, der Bachelor, der fand es richtig gut, die können jetzt auch schon ein Buschbaby machen, ein Buschbaby, ein Baby im Busch machen, ähm, verführerisch flüstern, ach komm, flüstert euch mal ein paar Sachen zu, oh mein Gott, der Bachelor ist ja jetzt mit allen richtig romantisch, oh shit, ey, und von seiner Seite aus kann es jetzt auch noch einen Kuss geben, also dafür bin ich jetzt so mit, huch, und wie gehe ich denn jetzt so weit runter, oh, Leute, was geht denn hier ab, oh fuck, ey, da geht es ja echt, also bei den beiden, direkt Töchtelmächtel oder was, nee, äh, okay, die beiden verstehen sich ja mehr als gut, würde ich mal sagen, okay, dann würde ich euch jetzt gerne mal ein bisschen hier unten nackt in den Pool, in dem, nackt, geht es nicht, hier sind Kinder, geht weg, ihr Kinder, wir wollen nackt fahren, äh, wenn nicht, schwimmen wir halt erst mal so zusammen, zusammen, können wir nicht direkt zusammen schwimmen, ja, wir können bloß runden schwimmen, oder irgendwie sowas, oder hier hinten schwimmen, was macht denn der jetzt, was guckst du nur an, was ist denn hier oben, nichts, der Himmel, aber wenn ich jetzt hier hochbaue, dann siehst du ja gar nicht, zwei, hier sind sie erst mal so eine Decke, also da kannst du ja gar nichts sehen, mein lieber Freund, so, ach, ist das schön, ich finde das sieht richtig schön aus, wir machen das mal, so sieht das ja komplett aus, boah, schön, richtig toll, wir müssen aber jetzt so nach unten, so, da schwimmen die beiden, können die jetzt mittlerweile nackt, ja, zusammen nackt baden, hier unten schwimmen so, so Todesfische, ähm, die uns umbringen wollen, aber hey, ist doch egal, Hauptsache wir sind nackt, ähm, zieht euch aus, zieht euch, da kommt jemand wütend angestapft, so same, zieht euch aus, hallo, zieht euch heute noch aus, hallo, zieht, ja, nackt baden, komm, ausziehen, 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 tut was für YouTube, komm, zieht euch aus, wird das heute noch was, meine Fresse sind die schlecht, Jessica, ich melde direkt nächste Folge raus, oh ja, der Bachelor hat es schon mal drauf, und los, jetzt noch Jessica, yeah, Jessica hat sich auch ausgezogen, so kennt man die beiden, nackt, einfach so, überall, oh Gott, ist das gefährlich, die schwimmen hier so mit Fischen, nackt, und, kann ich unter das Wasser, aber hier sind so, so Piranhas und Todesfische, und, oh Gott, die Armen, kann ich nicht mal ganz kurz hier runter gehen, so von hier unten, dass es mir anschaut, wo sind sie denn, hallo, oh man, ja, wow, man sieht hier gar, was ist schön hier unter Wasser, wer hat denn das gebaut, das sieht ja richtig toll aus, ich seh jetzt erstmal unter Wasser, alter, das ist ja schön, oh mein Gott, es interessiert mich gerade gar nicht, dass ihr oben nackt seid, aber hallo, guckt euch das mal bitte hier unten an, das sieht richtig aus, wie ein Paradies, wer auch immer diesen Park gebaut hat, ich liebe dich, ich liebe dich so sehr, es sieht so schön aus, so, ich komme mal wieder zu euch hoch, und er geht jetzt wieder nackt raus, hat gar keinen Bock mehr, du könntest auch hier rein pinkeln, ne, wenn du willst, also, du musst jetzt nicht extra auf Toilette gehen, ähm, zusammen, nackt, aber du bist doch auch noch nackt, oder? ja, oh Gott, der läuft so nackt, ein Mensch vorbei, so, hey, na, was geht, ich bin zwar gerade nackt, aber hey, juckt doch niemanden, wie sieht es bei Jessica aus, die muss auch auf Toilette, deshalb sollte sie das schleunigst tun, die folgt uns hier erstmal so, hey, Teenagerin, Luna, macht sie jetzt diesen Laden hier auf? ne, dumme Bitch, ähm, so, Gott, der geht erstmal nackt, Bachelor, du könntest dir gerne wieder was, also, von meiner Seite, ne, kannst du das ganze Video gerne nackt bleiben, weil, äh, Nacktheit, habe ich gehört, ist immer gut für YouTube, ähm, sie natürlich auch, wo ist sie denn, ist sie noch nackt, natürlich, ah, super, dass ihr beide nackt seid, ey, das ist ja super, ey, ihr seid echt, die nackten, ja, die nackten Tatsachen werden ja auf den Tisch gelegt, und, hm, ich will dazu gerade gar nichts sagen, die sind halt einfach nackt, und das, ich finde das super, ich finde das super, dass sich endlich mal hier Leute wieder ausziehen, es wurde ja langsam mal Zeit, die beiden, die fühlen sich richtig wohl in ihrer Haut, ähm, sie kann jetzt seine Hände küssen, mh, lecker, gerade vom Klo erstmal Hände küssen, mh, geil, und, ja, komm, ach, ihr seid so, ihr seid super, wisst ihr das, ihr könnt ja wieder hochgehen vor die anderen Menschen, und die küssen, äh, nicht die küssen, ihr könnt euch küssen, oh, hallo, äh, hohoho, Bachelorboy, Mensch, du nackter Typ, so, okay, ich würde euch trotzdem mal raten, also, ich, ich bin ja nicht dafür, ne, dass ihr euch beide anzieht, aber, wenigstens eine Badehose, solltet ihr euch vielleicht doch anziehen, damit ihr nicht mehr die hässlichen Pixel um euch habt, Mensch, die nerven ja voll, so, und jetzt könnt ihr mal zusammen wieder hier hochgehen, noch eins hoch, bitte, ähm, und dann hier oben wieder ins Paradies gehen, ach, es ist so schön hier, es ist so schön hier, könnt ihr nicht direkt zusammen hier hingehen, ja, guck mal, toll, einfach toll, zusammen dahin gehen, ach, die beiden, shit, ey, der Bachelor, jede Folge, hat er jetzt ne andere geküsst, ne, letzte Folge, diese Folge, wow, jede Folge, aber, ah, ob das so gut für ihn ist, das ist ja wie beim richtigen Bachelor, der knutscht auch jede, jede Woche hier ne andere, ah, okay, naja, aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt, vielleicht wird es noch echt für Streitpotenzial geben, vor allem unter den Mädchen, und mit dem Bachelor, vielleicht gibt es ja noch eine Ohrfeige für den Bachelor, Mensch, das ist ja dann echt gut getreu nachgemacht, ähm, ja, RTA schickt dann erstmal ne Klage an mich, weil ich das abgekupfert habe, aber hey, egal, Leute, so, und warte mal hier auf den Bachelor Boy, und der würde ich jetzt auch nochmal, ähm, nee, nicht bitten, Freunde zu sein, Händchen halten, komm, haltet noch ein bisschen Händchen, und, steht der jetzt richtig, naja, so schön steht, obwohl, mh, ja, 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 ist doch egal, ne, ach, jetzt wird er sich schon wieder so mutig, ich möchte nicht, dass der sich immer mutig fühlt, ey, also selbstsicher, nicht mutig, sondern selbstsicher, ähm, der ist immer die ganze Zeit so, im Struggle, so, oh, was ist jetzt, hasst sie uns, nein, sie hasst uns nicht, ähm, so, Rose anbieten, ich glaube, es geht los, ey, mir wird keine Rose angeboten, sie will, ne, er will ein Techtelmechtel mit jemandem, okay, Bachelor, okay, wir wissen, wo deine Absichten langsam hinführen, ähm, ja, oh Gott, Emily wird die, glaube ich, auseinandernehmen, weil die die auch geküsst hat, und von Taylor Taylor sagt, denke ich mal, gar nichts zu Hause, sie wird nicht sagen, dass es einen Kuss gab, sondern, die wird einfach bloß sagen, hey, ja, war ganz schön, wir waren ein bisschen essen, ein bisschen chillen, kommt die jetzt mal wieder, ach, jetzt müssen wir da noch folgen, ey, wo sind wir denn, hey, stehen bleiben, wo gehst du hin, nein, bleib hier oben, ach, ich hasse sie so, warum geht denn die jetzt da runter, du musst doch im Paradise bleiben, oh man, du dumme Tuss, so nett, ähm, können wir noch irgendwas machen hier romantisch, was wir jetzt noch nicht so gemacht haben, äh, nee, okay, dann würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir jetzt langsam, wo geht denn die hin, wo ist denn die überhaupt, was rennen die weg vor uns, Hilfe, ich werde vergewaltigt, bitte helfen sie mir, das ist echt so, die rennt so weg, und der Bachelor rennt so wieder, warte, ähm, mit Vergewaltigung ist nichts zu spaßen, Leute, ähm, warum rennen die weg vor uns, sind wir irgendwie ein Mörder, ein Täter, haben wir, haben wir da was getan, du kannst gerne stehen bleiben, du musst nicht vor uns wegrennen, meine Liebe, ach, die will sich 100 pro was zu essen holen, oder, guck mal, hier steht Essen rum, ist das nicht geil, ey, 100 pro, du, obwohl, will sie doch nicht, aber, ihr könnt ja trotzdem hier, zusammen ein Gericht nehmen, komm, ach, guckt euch das an, ey, die beiden, Mensch, hier ist super, Hände küssen, ist ja alles langweilig hier, bitten Freunde zu sein, ach, da stellt euch das mal vor, die werden so, so ein indirektes Paar, während die Staffel trotzdem noch läuft, ey, hu, okay, das wird extrem spannend, ich sag euch, ich sag's euch, das wollte ich sagen, Freitag, der Bitchfight des Todes, Leute, ohne Scheiß, das wird echt, Hardcore, kann ich euch jetzt schon versprechen, ach, wenn Emily das rausfindet, unsere kleine, ja, Konfro Queen, so nenn ich sie mal liebevoll, die, wenn die das rausfindet, Leute, die nimmt ja alles auseinander, die nimmt den Bachelor direkt mit auseinander, ne, vielleicht den Bachelor noch nicht, weil sie sagt, ey, das ist mein Mann, aber vielleicht denkt sie sich so, ey, ich will ins Jungel Camp, deshalb, keine Ahnung, was ihre Intention aktuell ist, und ich kann sie auch gar nicht so gut einschätzen, weil sie, sie, sie verstrickt, sie verträgt sich ganz gut mit dem Bachelor, aber, sie ist halt die höchste, oberste, krasseste Zicke im Haus, ich finde es geil, ich finde es geil, äh, ich liebe Taylor dafür, dass sie sich aus allem raushält, dass sie sich nur auf den Bachelor konzentriert, und ich finde es so lustig, wenn sich andere Leute streiten, es ist einfach, ich liebe den Bachelor, ohne Scheiß, ich liebe es, und ich liebe es, wie ihr diese Staffel hier, Bachelor liebt, in Sims 4, weil es einfach so cool ist, es macht so viel Spaß, eure Kommentare sind richtig cool, ich finde es immer cool, wenn ihr schreibt, ja, mach mal mit der ein Einzeldate, oder, ähm, ja, ich bin Team Taylor, Team Jessica, Team, keine Ahnung wer, ähm, deshalb, ich finde es super cool, und ich freue mich riesig drauf, wie es in der nächsten Folge sein wird, denn, könnt ihr bitte mal, ach, könnt ihr schön gucken, wenigstens zum Abschluss, sie guckt überhaupt nicht hin, sie guckt aus, sie sieht aus wie ein Fuß gerade im Gesicht, aber egal, ähm, hey, Fußgesicht, ähm, so, dann nehmen wir halt den Bachelor, der guckt wenigstens ein bisschen verliebt, äh, ja, das war es nämlich dann heute schon, vom Valentinstags Bachelor, es gab keine Rose bis jetzt für, für Jessica vielleicht, also heute jetzt, ja, hätte man ja machen können am Valentinstag, so, hey, ich habe eine Rose für dich, hat der gute Bachelor jetzt nicht gemacht, trotzdem hatte er ein sehr intensives Date, in einem superschönen Park, heilige Scheiße war der schön, sie sind mit, äh, Fischen geschwommen, die sehr gefährlich aussahen, also es war doch ein bisschen, ja, ängstlich, aber Leute, ohne Scheiße, ich kann es nur nochmal sagen, die Folge Freitag wird super, super geil, das war es aber jetzt, für die heutige Folge am Mittwoch, aber ihr könnt euch ja gerne heute Abend noch den Bachelor bei RTL gönnen, oh Gott, ey, ich kriege kein Geld dafür, Leute, ich kriege kein Geld dafür, ähm, ja, wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren, ne, rechts oben in der Ecke findet ihr diesen runden Button und da könnt ihr mich gerne abonnieren, links oben findet ihr das letzte Video von gestern und unten drunter die Playlist, ähm, ich würde es natürlich riesig freuen, wenn ihr den Part bewerten könntet und wir hören uns Freitag wieder, also seid auf jeden Fall dabei, 14 Uhr, bis dahin, haut rein und ciao! Ciao!